Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Es war mal ein Königreich, wo der krasse Prinz Zero lebte. Eines Tages traf er auf voll den übelen Drachen namens Schlogger, die das ganze Land terrorisierte. Die war voll nicht gut drauf, die Alte. Richtig bei der Weibes hat die versprüht. Ja, jedenfalls, ohne lang zu fackeln, ging es sich auf ein Betteln mit der Asi. Dank seines voll krassen Schwertes und einem Haufen Courage spallerte Zero auf den fiesen Drachen ein und der verdammte Drache war härter drauf als gedacht. Doch Zero ließ sich nicht abschrecken. Er blieb voll in der Brave Zone. Mit voll dem coolen Trick und einer Menge Entschlossenheit schickte er Schlogger in die Flucht. Nachdem der Drache quasi gecancelt war, waren die Leute im Königreich voll geflasht von Seros Aktion, aber auch voll von seiner Niceness. Denn, anstatt Schlogger zu killen, schlug Zero nämlich vor, mach mal ein Deal, wir beide. Und die Schlogger, die war dealbereit. Und gemeinsam zogen sie zu McDonalds, um zu harzen. Bei Maccas schüllten sie ordentlich ab und als Schlogger voll ihr übel neues Galaxy S24 Ultra rausholte, war Zero voll investet und sie redet so lange, bis auch der letzte Eiswürfel in der Cook Zero geschmolzen war. Und so entstand zwischen Pommes und Burgern eine fette Freundschaft und sie rafften, dass sogar die übelsten Feinde durch nur einen Move und Teamwork zu echten Bros werden können. Und wenn sie sich nicht entfollowed haben, dann fordern sie sich noch heute. Hallo, willkommen beim Piedestanddurch zur Besprechung von Chantal im Märchenland. Ich bin's du und heute dabei ist Zero und Schlogger. Hallo. Hi. Hallo. Hey, voll geil dabei zu sein. Grüße gehen raus an alle Bros und Bro-Innen. Ja. Ich swipe für alle schon mal nach rechts. Wuhu. Ihr Lieben, da draußen und hier drinnen. Wir durften uns den, ja, das Spin-Off von Fakio Goethe angucken. Und es geht, wie der Name schon sagt, um Chantal, die ins Märchenland geht, bevor wir uns damit befassen. Aber mal die Frage an dich, liebe Schlogger. Wie stehst du denn allgemein zu den Fakio Goethe-Filmen? Hast du sie gesehen? Hast du sie nicht gesehen? Bist du großer Fan? Verabscheust du sie? Bitte, Claire Ronson. Boah, ey, voll aufgeregt so. Also, ähm, ich hab Fakio Goethe 1 und 2 gesehen. Den dritten nicht. Beim ersten, den fand ich solide. Da musste ich kichern, als ich den gesehen hab. Und der zweite, da hat man schon gemerkt, ähm, da war ich schon lost, weil die Story einfach völlig wild war. Ja, aber auch hier und da ist aus mir ein Lacher entplatzt. Ich würde niemals sagen, dass das ein guter Film ist. Aber er hat mich immerhin ein paar Mal zum Lachen gebracht. Den dritten, wie gesagt, nicht gesehen. Das heißt, ich bin gar nicht invested. Aber beim ersten, da hab ich irgendwie noch den Reiz gesehen zumindest. Okay. Zero, wie ist es bei dir? Ja, also, ich hab vorhin mal ein bisschen spioniert auf Letterboxd. Und man könnte dich schon als kleinen Boah Dargetin eine Hater einrichten. Ich glaube, das Schönste, was dem geht, war mal zweieinhalb Sterne. Ähm, ich bin da ein bisschen anders. Also, ich finde auch nicht alles geil. Aber allein bei Fakio Goethe fand ich den ersten wirklich noch gut. Also, anschaubar. Den zweiten finde ich auch wirklich, um dem Jargon zu bleiben, übel krass schlecht. Und, ja, der dritte, ja, ja, der ist, der verkackt halt das, was er, glaube ich, aussagen will, wieder durch sein McDonald's-Placement und ganz viele andere dummen Sachen, ist dadurch auch wirklich schlecht dann. Also, ich hab leider alle drei dann gesehen, muss man beim Ende dann sagen. Und du ist du? Ja. Danke für die Rückfrage. Ähm, ich finde den ersten okay. Das ist halt einfach so der Diamantenkopf aus Deutschland. Der tut nicht wirklich weh. Der hat seine Momente, aber es ist jetzt auch kein Film, für den ich nachts aufstehen würde. Den zweiten finde ich echt furchtbar. Den finde ich auch teilweise wirklich ein bisschen fragwürdig. Und den dritten, das ist einer der Filme, die mich wirklich verärgert haben. Wo ich wirklich mit so einer richtigen Hassfahne rausgekommen bin aus dem Kino, weil ich finde, dass der Sachen macht, die ich einfach, äh, ich find den Menschen, äh, unwürdig. Also, also, er ist abscheuenswürdig, den Film. Uiuiui. Ganz ehrlich sagen. Also, da gibt es Sachen, äh, die ich einfach nicht gutheißen kann und möchte. Zum Beispiel, dass ein, äh, Junge mit so jetzt halt die Tendenzen vom Dach springt und sie unterlegen das dann komödiantisch mit I Believe I Can Fly und am Ende dann ist er im Krankenhaus mit einem gebrochenen Arm und möchte eigentlich nur umarmt werden und daraus machen sie auch noch Witze. Das ist so die Art von Humor, die ich ziemlich zum Spein finde. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen Bammel jetzt vor Chantal im Märchenland. Ähm, denn, äh, wir wissen das alle, ob ihr jetzt fändet oder nicht, Chantal ist ja quasi so der heimliche Star der Fuck You Goethe-Reihe. Wird auch hier wieder gespielt von jeder Hase. Ähm, Schlogger, was ist dir von jeder Hase ein Begriff? Kennst du sie abseits von ihrer Chantal-Rolle noch woanders? Äh, ich, äh, glaube nicht, aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass sie als, ich fand sie in, äh, sie hat ja jetzt bei Cleo, glaube ich, ist was, was mir gerade in den Kopf springt, diese Netflix-Serie. Und ich hatte eigentlich den Eindruck von ihr als sehr, als, was heißt sehr, als guter Schauspielerin, dass sie auch Seriöses übernimmt und dass sie das, was sie macht, eigentlich auch gut macht. Und dass, ähm, hier Chantal eben nur so ein kleiner Ausreißer in die Komödienrichtung war. Aber mir fällt gerade tatsächlich nichts ein, was ich mit ihr gesehen habe, obwohl ich sie irgendwie als gute Schauspielerin abgespeichert habe. Vielleicht kann mir Seriö dir da weiterhelfen. Ja, ich glaube, das heißt Stella Kidnapped oder Kidnapped Stella war eher so ein, ja, ernsterer, äh, in die Thriller-Richtung gehender Film mit ihr. Und auch, äh, mit hier, Max von der Gröben war auch mit dabei. Da wird sie irgendwie entführt. Das ist eigentlich wirklich ganz interessant gemacht. Der lässt aber auch irgendwie ein paar Sachen offen und ist nicht der beste Entführungsmüller überhaupt. Aber der ist schon ganz gut. Und dann hat die sie irgendeinen Quartz-Film gemacht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Der war richtiger Müll, meiner Meinung nach. Weil der macht im Untertitel, erzählt er eine andere Story, als sie bildlich erzählt. Der versucht halt, was zu machen. Kriegt's aber irgendwie nicht hin. Also, der war nicht so geil. Aber daher kenn ich sie sonst auch noch. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich sie noch gesehen habe. Ah, das perfekte Geheimnis. Also, dieser Film, der in jeder Nationalität einmal verfilmt wurde, da hatte ich sie auch als ganz okay abgespeichert. Als ganz gut. Ja, also, dieser Kidney McStella ist ein Netflix-Film. Das ist ja das deutsche Remake von Die Entführung der Alice Creed. Falls den noch jemand kennt. Ich hab da noch gesehen mit ihr. Also, Berlin Alexanderplatz soll ganz gut sein. Dann war sie die Goldfische noch dabei. Und Cleo, ich bin jetzt nicht der größte Fan der Serie, aber ich muss auch sagen, die hat die Serie echt getragen. Also, da bin ich auch sehr auf die zweite Staffel gespannt, die ja wohl jetzt gerade produziert wird oder wurde. Jetzt ist sie aber zurück mit Chantal im Märchenland. Und wir kümmern uns sofort um den Film. Aber eine Frage hätte ich noch. Wie seid ihr jetzt an diesen Film rangegangen? Hattet ihr ein bisschen Schiss? Habt ihr euch schon darauf eingestellt? Ihr werdet jetzt vermutlich was sehen, was euch nicht gefallen wird? Oder hattet ihr vielleicht auch insgeheim gesagt, ey, cool, endlich wieder jeder Hase ans Chantal. Serie, wie war's bei dir? Ich bin da, dadurch, dass ich die alten Dinger gerewatcht habe, einfach rangegangen. Es kann jetzt nicht schlimmer werden als der dritte Fuck you Goethe. Und das wenig Erwartung hat geholfen, den Film zu schauen auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, dass ... Also, vom dritten habe ich, wie gesagt, Schlimmes gehört. Und jetzt habe ich über Chantal im Märchenland auch nicht Gutes gehört, dass der Film wurde ja 2022 schon fertig gedreht oder so. Also, der ist ja seit zwei Jahren, zwei Jahre alt, wurde mir zugetragen. Und dass keiner der Schauspieler richtig über den Film sprechen wollte. Und das sind ja schon zwei Dinge, die irgendwie kein gutes Licht auf den Film werfen. Von daher waren meine Erwartungen auch ziemlich niedrig. Und ich dachte schon, wenn's wenigstens ein Scheißfilm, wenn's schon ein Scheißfilm wird, dann wird es eher so eine Art, es ist so ein Autobahn-Gaffer. Also, es wird so, ich guck mir gerne zu, wie die Titanic untergeht. So mit der Einstellung bin ich rangegangen. Ja, ich war auch, ich war gespannt auf den Film, weil Final Fuck, also Fuck Your Goethe 3, ist ja der letzte Teil gewesen. Und es sollte eigentlich dann auch das Ende einleuten dieser Reihe, was natürlich auch schwachsinnig ist, weil der auch immer noch unglaublich erfolgreich war. Aber sie hielten sich ja doch lange durch und sind jetzt halt eben in diesem Spin-Off unterwegs. Und ich muss auch sagen, ich finde, man muss auch nicht alle Teile gesehen haben. Es reicht, glaub ich, wirklich aus, wenn du von dem Teil 1 irgendwie 20 Minuten gesehen hast, dann weißt du im Prinzip ungefähr, welche Figuren jetzt hier auftauchen und in welchem Verhältnis sie zusammenstehen. Oder, Zero, glaubst du, dass man unbedingt Fuck Your Goethe auswendig kennen muss, um schon ein Teil der Märchen anzufügen? Nein, aber wie du sagst, reichen wirklich 20, 30 Minuten, egal in welchem Teil irgendwie mal reingeschaut zu haben, dass man ungefähr weiß, das sind die Figuren, die gibt's schon, dass sie dann ihr Kiez-Deutsch da sprechen. Und dann kann man den Film auch schauen. Also, der nimmt da nicht viel von auf. Gut, dann lass uns jetzt mal endlich darüber reden, wie dieser Film denn so ist. Bevor wir das aber tun, gibt's noch eine kleine Hürde, nämlich wir müssen erst mal erklären, was genau ist jetzt die Story von Chantal im Märchenland, außer dass, Achtung Spoiler, Chantal im Märchenland auftaucht. Schlogger, kannst du uns kurz sagen, wie die Synopsis sind? Na, Sishi, also wir haben hier wieder Chantal und Zeynep, ihre BB, nee, nicht BBFF, sondern ihre BFF, und die leben ihr Leben so. Also, sie haben die Schule abgeschlossen, mehr oder weniger, und müssten jetzt eine Ausbildung anfangen oder irgendwie einer Arbeit nachgehen, tun sie aber nicht. Zumindest Chantal hat da irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Sie will lieber Influencerin werden. Und auf einem Flohmarkt werden die zwei mittels eines magischen Spiegels in besagtes Märchenland gezogen. Da gibt's dann natürlich eine Prophezeiung, es gibt verschiedene Aufgaben, es gibt natürlich ganz verschiedene Märchen. und sie werden dann mit diesen ganzen Ideen, die da im Märchenland auftauchen, irgendwie interagieren und versuchen müssen, wieder in ihre eigene Welt zurückzufinden. Das hast du ganz, ganz toll gemacht, liebe Beschläge. Dankeschön. Ganz, ganz, danke, danke, danke. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass ich das machen muss, zu erklären, was die Geschichte ist. Denn ich kam aus diesem Film heute Nachmittag raus, und der geht zwei Stunden, und ich stand in der Bahn und hatte überlegt, worum ging's eigentlich noch mal im Schandalen Märchenland? Und ich hatte wirklich Probleme, 20 Minuten nach Ende der Vorstellung noch irgendwie wirklich eine klare rote Linie rauszufinden. Weil ich finde, dieser Film hat eine, wie ich finde, exorbitante Schwäche, ich finde, er ist im Erzielen, ist der saumäßig schlecht. Der hat keine wirklich progressive Handlung. Es dauert Ewigkeiten, also gefühlte Ewigkeiten, bis sie irgendwann mal so einen Handlungsfaden haben, den sie verfolgen. Aber links und rechts erzählen sie dann immer noch so andere, kleinere Geschichten. Und irgendwann fragte ich mich so, okay, am Anfang hieß es doch, da ist anscheinend irgendwie so ein blauer Edelstein, der wichtig ist. Und dann so 20 Stunden Verstoß, übrigens, hier ist ein blauer Edelstein. Okay, danke. Ich finde, dass sie es nicht gut hinbekommen, eine Geschichte zu erzählen. Sie erzählen vielmehr, es ist so eine Art von Ansammlung von Sketchen. Und diese Sketchen beruhen eigentlich nur auf einer Pointe, nämlich, dass Chantal ist halt Chantal und die Märchenwelt ist halt ganz anders. Also diese Diskrepanzen, ja, die reiben sich andauernd. Das ist durchaus lustig, aber ich muss auch sagen, das ist lustig für ein, zwei Sketche, für einen zwei-Stunden-Film ist mir das zu wenig. Jetzt habe ich sehr lange geredet, deswegen, Zero, wie ist es bei dir? Also das mit dem roten Faden kann man unterschreiben, weil er viel in diese Nebenhandlung abdriftet. Und ja, das kann einem auf jeden Fall vorkommen wie so einzelne Sketche. Und vorher dachte ich auch schon, das wird vielleicht ein bisschen besserer Pro-Sieben-Märchen-Geschichten-Film. Vom Aufwand ist er das meiner Meinung nach auch geworden. Da ist CGI dabei, was nicht so bescheiden aussieht, wie ich es mir vorher gedacht habe. Also da habe ich Schlimmeres erwartet. Okay, wir haben hier die typischen Product-Placements, aber naja. Oh Gott, die sind ja richtig in die Fresse. Oh, Tischlein, deck dich, ich wünsche mir was Geiles von Mac. Oh, der Glitzer auf dem McFlurry. Oh, ich wünsche mir das neueste Handy von Samsung mit den und den Features. Och, da ist es, es ist so schön. Wenn ihr euch fragt, wer hat das Märchenland gerettet, ist zwar das neue Samsung. Ja, aber wie gesagt, bei dem McDonald's-Ding, dachte ich noch, vielleicht nehmen sie sich selber ein bisschen Hopster mit, weil ja alle damals so sich drüber lustig gemacht haben, dass die andauernd Product-Placements reinmachen. Aber dann beim Samsung, da war bei mir auch vorbei. Ich so, nee Leute, ist das euer Ernst? Und dafür habt ihr so viele Filmförderungen noch mit drin und nimmt aber dann noch diese Big Player mit rein, die euch den Film auch noch mitbezahlen. Aber das ist dann immer ein bisschen schade. Das Geld könnte man besser anlegen. Aber ist halt so. Und ja, ich habe, der hat an sich, glaube ich, will er eine hohe Gag-Dichte haben. Ist aber nicht wirklich alles lustig. Also sehr wenig ist lustig. Boah, die Gag-Dichte, ich glaube, man verpasst auch ganz viele Gags, weil die wirklich, die reden und in jeden Satz wird irgendein Gag reingebracht. Also zum Beispiel, da taucht ja auch ein Drache auf und dann sagt sie ja zu dem Drachen, oh hey Coco, ich gehe mal schnell, Khaleesi muss mal schnell was anderes machen. Und dann musste ich diesen Satz erst mal im Kopf verarbeiten, während sie ja schon weiterredet und dann so, ah Coco, weil der bei Game of Thrones Drogo heißt und sie hat gerade Khaleesi lustig ausgesprochen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Gags, die man gar nicht so realisiert, weil einfach Satz für Satz einem so entgegengeballert wird. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, aber es ist schon ganz schön viel auf einmal. Den hätte ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ja, aber das hat Films nicht auch. Also das stimmt schon. Die haben wirklich eine große Gag-Dichte und wenn man dafür anfällig ist, dann ist das auch ein Film, dann kann man da gerne dreimal reingehen und wird immer noch Sachen. Ja, ich hatte eher den Eindruck, es war so wie, ja okay, wir schmeißen einfach, okay, da ist ein Basketballkorb, da soll es zünden und da schmeißen wir einfach drei Millionen Tischtennisbälle in der Minute drauf und wenn dann ein paar Tischtennisbälle dann den Basketballkorb treffen, also das ist eine sehr verwurschtelte Metapher, also wir zünden einfach drei Millionen Gags und ein paar davon werden schon landen. So hatte ich mich gefühlt. Also einfach alles an die Wand werfen und schauen, was neben bleibt. Ja, genau, genau. Und auch, weil ihr vorhin mit der Story meintet, das fand ich tatsächlich irgendwie positiv, weil es war nicht so lost eben wie bei Fuck You Goethe 2, sondern ich fand schon, dass man eine Grundgeschichte hat, an der sie sich langhangeln, eben diesen Wunsch und wie sie dann aus dem Wunsch wieder rauskommen und dann gibt es eben Nebenquests und ich hatte schon das Gefühl, dass es eine Hauptstory gibt und dass diese Nebenquests so kleine Schleifen sind, von der sie dann wieder zur Hauptstory zurückkommen. Also das hat mich irgendwie positiv überrascht, wie stringent sie dann doch ihre vielen Storys dann nicht einfach fallen gelassen haben. Also sie haben, da ist dieser Diamant, den du schon angesprochen hast oder hier wird irgendwas erwähnt, aber es wird alles wieder aufgegriffen. Das fand ich irgendwie dann schon ganz gut. Ja, es wird alles wieder aufgegriffen, aber so unelegant. Also ich finde auch, ja, es gibt halt diese Hauptquests, nenne ich es mal, aber es war mir daneben, es war mir zu viel und ich sagte ja schon, er geht zwei Stunden und ich bin es ja auch leid, andauernd sagen zu müssen, oh, der Film war zu lang, aber sorry, der Film ist eine halbe Stunde im Minimum zu lang. Der, 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 der wiederholt sich auch irgendwann, weil wie gesagt, er lebt halt von diesen, ja, von diesen Dissonanzen aus der Chantal-Welt und der Märchenland-Welt. Aber das hast du irgendwann auch alles gesehen und dann, es gibt auch Nebenfiguren, also es gibt halt so ein Aladdin und ich fand das einfach nur noch nervig mit der Zeit. Deswegen hätte es dem Film wahrscheinlich echt gut getan, wenn er vielleicht ein bisschen reduzierter gewesen wäre. Ähm, auch weil, ja, ich, ich kann diese, also ich finde es halt ein bisschen seltsam, wenn die, wenn die Menschenwelt, die mir gezeigt wird, auf mich noch artifizierter und fantastischer wirkt wie die Märchenwelt. Und ich finde halt diese, diese, diese Welt, die uns diese Fakir-Göte-Filme zeigen, immer ein bisschen arg seltsam. Also ist es nicht so schlimm, wie in den letzten Fakir-Göte-Teilen, wo halt wirklich auch Witze generiert wurden, auf den Kosten der Schwachen. Äh, da gab es so einen Moment im Standteil der Märchen, wo ich dachte, oh, machen sie es jetzt, aber nein. Die Hartz-IV-Mutter darf dann einfach ungestört weiter ihren Suff ausschlafen. Juhu. Und verkauft, machen die da Pfannkuchen mit Schwips? Mit Alkohol. Mit, ah ja, das fand ich, das war, hab ich, okay, das wurde auch unkommentiert stehen gelassen. Das, das war, ist mir negativ auch aufgefallen dann. Ja, allgemein, also ich, ich weiß, warum diese Sachen existiert, nämlich weil Fakir-Göte verdammt erfolgreich war. Chantal ist so eine Art Kultfigur geworden. Ja, ansonsten gibt es für mich keinen Grund, warum dieser Film existiert und von einem guten Drehbuch, finde ich, kann man ja auch nicht reden. Das ist ein zweckmäßiges Drehbuch. Für mich ist das einfach eine Aneinanderkettung von, von Sketchen und ich muss halt wirklich sagen, was mir vor allem leid tut, ich finde, dass, also, das muss ich sagen, ich finde ja Joelle Hase als Chantal auch irgendwie ganz, ganz charmant, ganz amüsant, zumindest früher fand ich das mal. Ich finde das mittlerweile einfach nicht mehr komisch. Ich finde, das ist so auch so ein, so ein Witz, der hat sich auserzählt. Den habe ich jetzt schon in den letzten 20 Jahren entweder im Original oder diversen Nachmacher abgesehen, sei es Chantal oder wie sie alle heißen und ich finde das, ich finde, das wirkt irgendwie gestrig. Dafür, dass es darum geht, dass Chantal ein, in Anführungszeichen, moderner Mensch ist, ja, ein junges Mädchen, die, gespielte von einer 30-jährigen Frau, finde ich, wirkt diese Chantal unglaublich gestrig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, das passt ja zu, das Fuck You Goethe ist ja jetzt von 2013, ist ja auch schon dann elf Jahre her und wie du sagst, wie heißt denn die Rolle in Switch Reloaded, da wo sie von Martina, wie heißt sie, Martina Hill gespielt wird, genau, die ist so ähnlich, die Rolle, die sie da spielt. Also es ist einfach dieser, Larissa, genau, danke Larissa. Hallo, es ist mein Hund hier und meine Tasche, voll schön so. Und du hast schon recht, das ist irgendwie auch auserzählt und es passt ja auch irgendwie zu dieser Anekdote, oder Anekdote zu der Tatsache, dass der Film schon zwei Jahre irgendwo rumliegt, das merkt man ihm schon ein bisschen an. Er bringt ja auch moderne Themen rein, auch positive, eben dieses Empowering und die Emanzipierung von Frauen, dass sie eben so ein bisschen Genderband hier, sie bringen ein bisschen LGBTQIA-Themen mit rein und natürlich wollen sie auch ein bisschen fördern, dass Frauen sich nicht nur von einem Prinzen retten lassen wollen und es eben nicht nur schön sein sollen. Das Thema ist schon recht präsent im Film und das fand ich schon auch ganz schön, wie sie das rüberbringen, natürlich manchmal mit Schlag in die Fresse, aber das fand ich irgendwie noch ganz nett, um jetzt noch einen kurzen positiven Twist zu deiner Meinung reinzubringen. Die Agenda, die der Film verfolgt, ist auch toll, also du hast schon recht, das ist ein absoluter Film, da geht es um Empowerment, da geht es darum, für sich einzustehen, da geht es darum, dass man sagt, okay, ich bin so, wie ich bin, take it or leave it, das ist alles, das ist wirklich schön und ja, es ist auch mit dem Holzhammer, das stört mich nicht, aber mir stört mehr die Verpackung drumherum, wie es halt kommt. Ja genau, die Prämisse, klar, die Prämisse. Von der Aussage her ist das super, gar keine Frage, aber ich sag mal so, ich hab halt auch schon Kuchen gebacken und da steckt da auch viel Herzblut rein, seit trotzdem Schweizer aus. Ja, ich würde eher andersrum sagen, du kriegst einen Kuchen vorgesetzt und du musst halt akzeptieren, dass du einfach keinen Kuchen magst, in dem Kuchen sind aber Walnüsse und Karotten drin, die gesund sind und hier bei Chantal im Märchenland, Chantal ist halt eine Figur, die auf Dauer einfach ultra nervig ist und das Märchenland wirkt, wie Zero schon gesagt hat, wie so ein besserer Sat.1-Film und die zwei Sachen, die muss man einfach runterschlucken und dann hat man dann einen ganz okayen Film dann hinten dran. Und was ich auch noch sagen möchte und dann darf gerne auch mit der Zero gleich was sagen, ich finde halt Chantal ist auch unglaublich unsympathisch in dem Film. Also ich finde, die ist so egoistisch und natürlich kommt dann am Ende so ein bisschen so dieser, ja ich mach das ja nur, weil das so und so, aber das ist mir zu wenig. Ich finde, dass Chantal, die ist hier nicht nur, nicht die hellste Tochter oder die hellste Kerze auf der Torte, sie ist auch echt ziemlich egoistisch und ja, ich finde sie wirklich unsympathisch. Es gab Momente, wo ich mir dachte, eigentlich fände ich es jetzt viel cooler, bei ihrer Freundin zu sein, die da irgendwie gerade zur Hexe gemacht wird. Wo du bei dem Punkt bist, was vielleicht noch nicht so wichtig ist, das hast du von der angesprochen, sie ist ja auch schon 30 und mir ist das leider im Film auch aufgefallen. Die ihre Freundin, die andere Nebendarstellerin, die ist, passt besser in diese junge Mädelrolle, finde ich noch rein. Also hat man zumindest sichtlich ein bisschen gemerkt, dass die noch deutlich jünger aussieht. Ich glaube, die würde das Rollenbild noch besser reinpassen und die hat mir auch in ihren Szenen deutlich mehr Spaß gemacht, weil die auch schon ein paar gute Sachen hat. Ja, war alles schon durch. Chantal als Figur ist durch, auch im Comedy-Bereich findet das keine mehr lustig, so großartig. Aber er wird trotzdem bin ich der Mann seinen Zuschauer kriegen, weil allein durch den Hype, den er vorher hatte, durch die Filme. Ich möchte es jetzt nicht so alleine stehen lassen, dass zwei ältere Herren darüber sich beschweren, dass eine Schauspielerin zu alt für eine Rolle ist. Deswegen schlöpig, was sagst du denn zu dem Altersunterschied? Was sagt die alte Frau denn zu der etwas jüngeren alten Frau? Ich habe ja jetzt neulich ein Video gesehen, wo ein Jugendlicher gesagt hat, alle, die eine 19 am Geburtsjahr haben, sind für ihn alte Leute. Ihr seid für mich Ritter, ey! Das war ein bisschen witzig. Genau, also Jelle Hase hat ja auch eine 19 vorne dran stehen, das heißt, wir dürfen über sie so sprechen. Mir ist das nicht negativ aufgefallen. Also ich finde, sie spielt es gut. Ich glaube, du meinst, dass sie halt ein paar Falten unter den Augen hat. Sonst wirkt sie ja immer noch ziemlich jung. Also es geht mir nicht um ihr Schauspiel. Die kann halt wirklich gut schauspielern. Das steht außer Frage. Es geht halt wirklich mehr, dass sie, also sie spielt halt eine, ich weiß nicht, weil sie sein 18, 19 und du siehst sie halt einfach von der Figur und vom Gesicht her an, dass sie jetzt keine 18, 19 ist. Das soll nicht heißen, dass sie schon aussieht, als ob sie irgendwie gleich von der Caritas anfängt. Nein, aber sowas nehme ich einfach an. Also ich meine jetzt, wo hast du das denn nicht, dass ältere, junge Leute spielen jetzt in, ich komme heute einfach auf gar keinen Namen hier in dem... Mad im Web hast du das. Mad im Web. Ja, das hast du doch überall, dass die Menschen immer mindestens fünf Jahre älter sind als die Rollen, die sie eigentlich spielen sollen. Das ist mir nicht negativ aufgefallen. Auch kein, der Unterschied zwischen ihr und Zaynab ist mir da auch nicht krass aufgefallen. Ich weiß, dass sie älter ist. Ich wusste nicht genau, wie alt sie im Film sein soll. Also klar, sie muss eine Ausbildung anfangen, da könnte man auch noch 16 sein. Aber ich habe sie einfach als Anfang 20 abgespeichert und dann war das für mich in Ordnung. Also es war für mich, das ist mir nicht negativ aufgefallen. Auch zu ihrer Ehrenrettung kann ich auch sagen, dass sie vorher ein hartes Wochenende hatte. Dann sah ich mit 19 auch mal so aus. Genau, jetzt nicht richtig einen reingestellt. Ja. Aber ich finde es interessant, dass der angeblich zwei Jahre schon fertig sein soll, der Film, weil dieser Regisseur, dieser Boa Daktikin, der ist ja wirklich erfolgsverwöhnt. Der hat ja wirklich den letzten Film, von dem waren ja alle Riesenhits, auch hier das perfekte Geheimnis. Ich meine, Zero hat schon recht, ich bin ehrlicherweise kein großer Fan seiner meisten Filme. Die meisten finde ich nicht gut bis mittelmäßig. Aber ich wundere mich dann schon, dass der zwei Jahre angeblich irgendwo liegen sollte, weil auch Zero sagt es ja schon. Natürlich siehst du, dass irgendwie die Flugaufnahmen mit dem fliegenden Teppich und irgendwelche Monster und Drachenfiguren sind natürlich schon sehr kartunesk. Und da merkst du auch schon deutlich, dass die sind nicht echt. Und hier und da stand Frau Hase auch sehr deutlich vor oder hinterm Greenscreen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, der wirkt schon wertig. Dafür, dass es ein totaler Quatschfilm ist. Ja, also fand ich schon auch. Die Qualität habe ich dem schon auch angesehen. Hier und hier ein perfektes Geheimnis. Wie gesagt, das ist ja keine Originalstory von ihm gewesen. Das ist ja ein französischer Film oder was weiß ich, wo der herkommt. Der wurde ja ganz oft schon verdreht, also verdreht, verwurschtelt. Also den Film würde ich jetzt nicht als Qualität... Na doch, er hat den inszeniert und hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Es gab da auch ein paar Entscheidungen, die ich dann auch nicht so geil finde. Also ich finde schon, dass man merkt, ich finde, du merkst schon einen Unterschied zwischen der deutschen Variante und der japanischen, südkoreanischen... Ah, okay, asiatisch auch noch genau, sorry, das war mir alles gerade noch nicht mehr klar. Ja, wie du schon sagst, ich glaube, der Film hat mittlerweile in jedem Land einen Remake bekommen. Also, ist schon auch... Okay, ja, und diese... Glaubt ihr denn, dass Chantal im Märchenland eines Tages einen Remake hat? Ja, bitte, ein koreanisches Remake. Von dem Machern von Oldboy. Mit koreanischen Märchen. Ja. Aber bevor wir jetzt langsam Richtung Fazit marschieren, Prognosenzeit. Glaubt ihr, dass Chantal im Märchenland überhaupt noch funktioniert? Denn wie gesagt, Faktor Goethe 1 ist jetzt schon über zehn Jahre her, der dritte Teil, glaube ich, jetzt auch schon fünf, sechs. Und ich für meinen Teil hatte jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt die Popkultur auf die Rückkehr von Chantal geratet hat. Glaubt ihr wirklich, dass Chantal im Märchenland vielleicht ein Erfolg wird? Könnte es vielleicht sein, dass wir eine ganze Reihe von Chantal-Filmen nachher noch bekommen? Oder glaubt ihr eher, das wird untergehen? Und wir werden in drei Jahren drüber reden, nach dem Motto, weißt du noch damals, als es diesen komischen Chantal-Film gab? Zero, was sagst du? Also, am Ende des Films kommt mal so eine nette Aufforderung für Social Media. Und allein dadurch sparen sie sich ja auch viel Werbung. Und da wird er für die Leute, die ihn dann gucken am Anfang, die werden da bestimmt alle schön Werbung machen. Und dadurch kriegt er ja viel, viel Werbung. Und damit glaube ich schon, dass da noch mehr Leute reingehen. Was mich wundert, dass gar nicht so viele Influencer drin vorkommen, die eigentlich auch noch das junge Publikum ziehen würden. Also da sind ja, Freddy Lau und Nora Turner sind jetzt nicht so für die jungen Leute, nicht so die Leute, die einen ins Kino ziehen. Aber ich glaube schon, dass da Leute reingehen werden, gerade so von 14 bis 28 bestimmt. Auf der anderen Seite, ich finde das glaube ich ganz clever, dass sie jetzt keine Influencer reingepackt haben. Denn seien wir ehrlich, die Influencer von heute, nach denen kräht in zwei Jahren kein Hahn mehr. Ich glaube, dass dann Frederik Lau und Nora Schöner noch ein bisschen mehr Wertigkeit haben als, was wie heißen die heutzutage? Super Hugo und Lisa Sweet. Wir lagen ja kurz die Namen, ja. Okay, und ich gehe kurz die Info zu meinem, er liegt zwei Jahre rum. Ich habe das gehört, aber ich finde gerade keine Validation dazu. Und hier steht zumindest auf Wikipedia, dass die Dreharbeiten zwischen 1. im März und April 2023 stattfanden. Und dann kann meine Info schon ja nicht stimmen. Deswegen, ich drehe das zurück. Gut, dann können wir den ganzen Podcast wieder neu aufhören. Nein, wir haben es ja nicht zum Thema gemacht. Da habe ich nur scheiße gelabert. Und das wird einfach, ignoriert doch, was die Schlogger sagen. Die sollte ja eigentlich zu Anfang des Podcasts direkt umgebracht werden. Aber nein, sie lebt noch, stirbt nicht. Und diese Info bitte einfach aus euren Hirnen streichen. Sie lebt noch. Zur Prognostitation. Das ist ein Wort. Prognostation ist was anderes. Prognostation. Nieren ist was anderes. Prokrastination. Prognose. Genau. Das kann ich wirklich gar nicht einschätzen. Vielleicht hat der irgendeinen krassen Markt. Vielleicht fahren die Teens und Pre-Twins da voll drauf ab. Aber ich hatte schon während des Guckens so ein bisschen das Gefühl, sie versuchen zwar den Jugendslang zu treffen und das machen sie auch manchmal. Aber es ist so, wie wenn jemand sagt, boah, voll cringe. Und die Leute, von denen man denkt, die finden das cool, die finden voll cringe, aber eben voll cringe. Nur dass sie, also es ist, ich glaube, sie könnten da direkt am Zahn der Zeit vorbeirutschen damit und an ihrer Zielgruppe. Sagen wir es einfach mal so, mittlerweile benutze ich das Wort cringe. Ich bin 40, das sollte also genutz heißen, dass cringe absolut outdated ist schon. Genau, das ist es auch. Das ist, was wir so sagen, wir alten Leute, als, oh, das ist das, was die Jugendlichen sagen und sie sagen es schon nicht mehr. Und das Gefühl hatte ich bei manchen Stellen im Film auch. Und sie switcht ja auch manchmal von dem Slang. Dann redet sie irgendwann ganz normal. Dann switcht die Aladdin-Figur so ein bisschen da rein. Also sie zieht das halt nicht ganze Zeit durch. Man merkt auch schon, ja, nee. Es ist halt wie wenn, wie du es sagst, ein 40-Jähriger oder, ich weiß nicht, Boat Daggetin wird auch so unser Alter sein, einfach mal Drehbuch schreibt und glaubt, so sprechen junge Leute heute immer noch. Das verfehlt das Ding, glaube ich. Ja, also ich denke schon, Boat Daggetin ist sogar noch 45 ist der schon, 46 sehe ich gerade. Der ist schon uralt, der Mann. Also ich denke schon, dass die da auch, die werden sich wie bei Fakio Goethe schon auch mit ein paar Jugendlichen kurz eine Rückmeldung oder zumindest, dass die Leute schon so alt sind, dass sie die jugendlichen Kinder haben. Also es wird schon nicht ganz aus der Luft hergegriffen sein, aber es ist eben so ein Mischmasch, das nicht ganz authentisch dann wirkt. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das die Zielgruppe findet, deswegen kann ich das überhaupt gar nicht einschätzen. So vom Gefühl her würde ich sagen, der wird schon seine Zuschauer finden und wird dann aber verpuffen. Und dann wird sich eine neue Reihe finden, losgelöst von den Figuren, die wir aus Fakio Goethe finden. Kennen, nicht finden. Gut, dann würde ich sagen, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Und Zero, mach du bei denen anfangen. Ja, also ich finde ihn halt für eine Komödie, für mich persönlich nicht lustig genug. Und für einen Märchenfilm fehlt mir irgendwie so diese ganze Magie drin. Ich konnte zwei, dreimal wirklich gut lachen, auch lauter. Aber, ja, also ich würde da keine große Empfehlung aussprechen. Ja, dann schiebe ich mich nach vorne. Du schiebst dich dazwischen? Nein, du schiebst dich davor. Hau raus, ja. Ich schiebe. Wenn ich überlege, dass ich da reingegangen bin und hatte wirklich erwartet, dass es so ein Film wird wie der letzte Fakio Goethe, den ich halt wirklich, wirklich menschenverachtend und ärgerlich fand, war ich positiv überrascht, dass ich diesen Film einfach nur nicht gut fand. Aber da hat, nichts hat mich da jetzt irgendwie aufgeregt. Er war mir zu lange, er war mir nicht gut erzählt. Das ist halt für mich einfach so eine Sketchparade. Aber alles andere für sich war das, es war einfach kein guter Film. Wenn aber jemand damit seinen Spaß hat, bitteschön, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Und letztlich war ich vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, dass der mich halt so komplett kalt gelassen hat. Das war nicht mein Film. Wenn es eurer ist, viel Spaß. Ich werde mir diesen Film nie wieder ansehen. Aber er hat mich nicht zu Tode geärgert. Und das habe ich erwartet. Und dementsprechend schon mal Chapeau. Danke dafür. Schlager, bitte. Ja, ich würde es auch so ähnlich sehen. Ich bin da mit den niedrigsten Erwartungen reingegangen und die hat er übertroffen. Was das jetzt heißt, das kann jeder sich selbst zusammenreimen. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die daran Spaß hatten. Bei uns in der Vorstellung war auch eine etwas jüngere Dame drin und die meinte auch, sie fand den Film sehr lustig. Ob man sich an den Film lange erinnern wird, das weiß ich nicht. Das heißt, es ist auf keinen Fall ein guter Film. Aber ich habe mich auch nicht über ihn aufgeregt, wie jetzt zum Beispiel wir über Oh Lala. Also es gibt schon Szenen, über die kann man sich aufregen, aber nicht so sehr. Ich weiß, also eine Empfehlung würde ich dem auch nicht aussprechen, aber ich denke schon, dass es Leute gibt, die gefallen haben könnten an diesem Film. Aber man muss ihn nicht im Kino sehen. Also es ist wie ein Sat.1 Märchenfilm. Reicht völlig, den zu Hause anzugucken. Das ist ein schönes Schlusswort, zumindest was diese Kritik angeht. Wir sind damit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stormtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts und Wünsche gibt. Außer mal mit einer eigenen Webseite www.tele-Stormtisch.de oder wenn ihr euch jetzt wünscht, boah, diese Schlogger und die sagst du, die haben so eine tolle Chemie. Was denen noch fehlt, ist Horror. Eure Wünsche wurden erhört. Eure Wünsche wurden erhört. Schocker mit Schlogger nächste Folge am 13. April. Da halten Schlogger und ich den Daumen raus und nehmen Hitcher, den Highwaykiller mit. Da bin ich sehr gespannt. Das war es von mir. Dann sagt der Zero Tschüss und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ich kann nochmal das, was du gesagt hast, mal wieder unterschreiben. Schocker mit Schlogger ist immer noch mein Lieblingsthema von uns. Aber auch alles andere ist gut. Also, viel Spaß und auf Wiederhören. Danke. Ich setze hier noch meinen Werbeblog hinten dran. Wenn ihr nicht schon genug Werbung hier hattet oder auch in Chantal im Märchenland, da gibt es auch ganz schön viel Werbung. Macht immer wieder Spaß. Könnt ihr auch auf schlogger.de geben. Da gibt es Sachen von mir. Denn ich bin Comiczeichnerin und Autorin. Bücher findet ihr auch im Schlogger Shop oder auf Social Media unter The Schlogger. Aber ich verbringe einen Großteil meiner Zeit im Kino und bei Besprechungen hier. Das heißt, schaut oder hört doch einfach mal in eine andere Besprechung vom Telestammtisch rein. Und da werdet ihr auch fündig werden. Ich freue mich auf die nächste Besprechung und viel Spaß im Kino. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.